Willkommen zurück, liebe Gaming-Freunde, zu einer brandneuen Folge The Last of Us Remastered hier auf Trend 17 TV. Wir spielen auf der PlayStation 5. Schön, dass ihr wieder dabei seid. So, bewacht die Fenster. Haben wir hier irgendwas? Jeder Schuss muss sitzen. Ich kenn das schon. Gut so, Kleine. Ich hab gleich keine Muni mehr. Boah, heftig, Baby. Da ist auch noch Muni. Du hattest recht. Du kannst mit dem Ding besser schießen als ich. Alter, Verwalter. Hilf mir mal. Immer mega wenig Munition hier. Ohohohoho, mein Gott. Mist. Oh, danke. Oh, Klicker. Da. Scheiß, Klicker, Klicker, Klicker. Oh, mein Gott. Da. Da. Nein, das ist los, nein! Nein, shit! Nichts hier drüben. Oh mein Gott. Das war Hardcore. Da muss ja wirklich jeder Schuss sitzen. Nein. Da kommt der Clicky. Der nächste Clicky. Da links. Komm gib mir mal wieder Muni Muni Muni. Oh, mega Stress hier. Ist hier noch irgendwie... Muni Muni. Wir müssen hier raus. Shit. Lauf, 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 lauf. Na los. Komm schon. Ich halte sie auf. Dann wacht die Treppe. Komm mit. Hier so ein Typ. Okay. Weißt du, wo es lang geht? Ich war hier noch nie. Na toll. Lauf doch. Lauf doch, Mädchen. Du bist frei. Hier lang. Ich folge dir. Alles in Ordnung. Du musst hier um mich keine Sorgen machen. Okay. Folge mir. Und pass auf. Oh shit. Hey, Kleine. Alles klar? Super. Mehr Flicker. Verschwende da! Oh shit. 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 Mann! Shit, shit, aah! So ein Schiet Haben die noch irgendwo Muni? Da Shit, shit Da Da ist Duff Kann ich auch was herstellen? Molli Shit Wo muss ich denn hier jetzt lang? Da Da komm ich hoch Jetzt bin ich wieder Alles klar? Da bist du ja Alles super Komm schon, da ist die Tür Da ist noch Duff Das war knapp Wir müssen da hoch Da Mit der Leiter sollte es gehen Ja, aber wie kommen wir da hoch? Mit der Leiter? Irgendwie kommen wir da hin So Macht der keine Esels? Wollen wir mal hier? Irgendwie müssen wir da ja hochkommen Oh Hier schon wieder Clickies Da Moment Hier Wollte ich das sagen Die machen doch bestimmt hier Hier diese Isis Leiter Wo ist die Leiter? Da ist aber noch einer Wo ist der? Der ist um die Ecke Wenn ich jetzt da um die Ecke gehe Dann kommt der Nee, da ist doch keiner Okay, jetzt kommen wir die Leiter Oh Oh Nicht runterfallen Okay Bitte schön Na los Gut, Achtung Nun komm Nun komm Wie, na komm Komm ich da runter? Hier durch Ach Ach Hier Okay Hier soll ich jetzt hoch? Alles klar Na los Durch die Tür Wir müssen hier irgendwie raus Was du nicht sagst Pass auf, was du sagst Okay Hey, hallo Kommst du mal? Das muss ein Weg hier raus geben Er hat sich festgepackt Okay Hier kommt gleich nochmal Auf jeden Fall Stress Oh, so viele Sachen Das ist nie gut So viel Ausrüstung Ja, ich bin schon dabei Siehst du was Das ist deine Sackgasse Was haben sie hier bloß gemacht Was machen wir jetzt? Wir halten statt Bereit machen Kommt die nur von da? Klicker Noch einer Hast du das? Sie sind auf dem Dach Ich weiß Ich brauch mal Mundi wieder Vielleicht haben die unten welche Ja Ja, komm schon Komm schon Hilfe Hilfe Oh Das kommt schon noch Keine Boah, Megasliss hier Alter, das sieht ja richtig Arte richtig in Arbeit aus Ja, wie viel kommt da denn noch? Habt ihr mal Muni dabei? Wäre super, danke. Nein, nicht wieder von der Seite. Nicht wieder von der Seite, scheiße. Ich habe ihn nicht gesehen. Nein, nicht wieder von der Seite. Nein, geh runter. Waffe wechseln. Runter, Waffe wechseln. So geht doch Waffe. Einer von den großen Scheißkerlen. Oh Mann. Ja, überhaupt keine Sonne hier. Was ist das denn bitte? Wie soll man das denn bitte schaffen? Und sie läuft immer so lahmarschig. Mann ey. Da sind irgendwo. Mann, 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 Mann. Nun nimm doch die scheiß Muni. Okay, sieben Muni haben wir jetzt. Das klingt nicht gut. Ein Bloter. Ein was? Einer von den großen Scheißkerlen. Oh Gott. Der große ist erledigt. Hat der irgendwie Muni noch? Da ist noch eine. Hey Kleine. Ja? Ich glaube wir haben es geschafft. Haben wir sie eigentlich nicht? Du klingst ja richtig enttäuscht. Das war ja richtig Stress. Ich überprüfe die Brücke. Hör mal. Keine Infizierten. So, mein Lieben. An dieser Stelle machen wir unseren nächsten Boxenstopp. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Das war mal wieder richtig heftig hier. Lass auf jeden Fall einen Daumen da. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und munter. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.